Was zeichnet ein Unternehmen aus? Ein Unternehmen, das immer wieder großartige Ergebnisse liefert, das mit seinen Herausforderungen wächst. Ein Unternehmen, mit dem man sich gerne identifiziert. Was sind die Werte, die so ein Unternehmen stark gemacht haben? Was sind die Werte, die so ein Unternehmen stark gemacht haben? Unten darf nichts wackeln. Oh, jetzt ruhig bleiben. Wir kriegen alles hin. Der ist nicht gut. Alleine kann man sowas nicht bauen. Wenn ich mit meinen Freunden spiele, dann gewinne ich immer. Das ist HOF. Ein Familienunternehmen. Seit 50 Jahren. Wir sehen uns. 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 Wir sehen uns.